Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Breath of the Wild. Ich starte direkt da, wo ich euch letztes Mal habe sitzen lassen. Dann sind wir natürlich bereit für ein bisschen Aktion. Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Ist das so? Warum? Mein Name ist Riju, die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres heiligen Erbes zu nutzen, um Vana Boris zu besänftigen. Urmütter der Gerudo, beantwortet mit eurem Donnerhall meinen Ruf. Oh wow, das funktioniert ja. Willkommen in der Donnerkoppel. Das ist also die Kraft des heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Schön. Trotzdem ein bisschen groß. Los geht's! Josh! Sehr cool. Na dann. Bitte beschütze Link und mich. Ja, ja. Was jetzt? Geht los oder geht los? Los! Alright. Dann los. Wow. Wohin willst du? Aber ich werde trotzdem... Ich werde andere Klamotten anziehen. Aber irgendwas sagt mir, dass die Stahlrüstung beschissene Idee ist. Tja, dann müssen es ja wohl die Hylia-Gewänder sein. Und Sandstiefel. Besser ist das. Okay. Also, wir sind auf Kurs. Sehe ich das richtig? Schreien sie nicht. Ähm, Bombenpfeile sollte ich vielleicht ausrüsten? Ey! Ahem. So. Hallo? Geht los oder geht los? Tja, ich sehe gar nichts. Pass auf. Und mitten in der Aktion bricht mir jetzt der Schild kaputt. Das wäre es noch. Okay. Wir surfen ja die ganze Zeit auf den Dingern. Was war das für ein Geräusch? Hallo, hallo! Okay. Los geht's. Warn oder Boris? Hä? Jetzt! Shit, 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 shit. Boah! Au! Okay. Ah, okay. Sie fixiert sich auch ein bisschen auf mich. Das ist sehr gut. Fui! Okay. Ja, das geht. Das geht. Okay. Aber der rennt ja echt vor uns weg. Uh. Jetzt! Was? Jetzt? Viel zu weit weg! Äh, wie wäre es, wenn ich mal einen Sniperbogen benutze? Feuer! Feuer! Ah, jetzt latscht der natürlich gerade. Feuer! Ah, das funktioniert schon besser. Bin ja dabei! Hey! So. Hit that shit! Juhu! Oh, der Laufrhythmus von dem Ding ist so kacke. Yes! So. Halt die Fresse! Mach Platz! Und Ende. Kippt jetzt einfach um? Shit. Okay. Der Rest liegt an dir. Ich hab nicht die Kraft, Naburus zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Ich will den Helm. Oh, okay. Alright. Link. Ich zähle auf dich. Wäre ja auch zu einfach. Bombenmodul plus Wind. Sind leichter als sie aussehen. Und kannst dir zunutze machen, dass sie vom Wind beeinflusst werden. Wäre ja auch zu einfach, wenn ich einen kompletten Donnerschutz hätte, während ich im Donner-Titan rumrenne. Hi. Dieser Ort wird als Teleport-Ziel auf der Karte eingezeichnet. Oh, sehr schön. Das ist sehr praktisch, wenn der Kollege die ganze Zeit rumrennt. Hi. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ich wette, du willst Naburus Ghanons Kontrolle entreißen, oder? Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verhält. Ja. Äh. Hab ich vor. Ach, du zeigst mir sogar noch, wo sie ist. Sieht gut aus. Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Okay. Alright. Snipen wir mal eine Runde. Click. Wächter-Lanze. Sehr, sehr schick. Okay. Zeig mal, was du kannst. Warner Boris. Okay. Okay. Sieht alles sehr hohl aus, das Ding. Okay. Aber viel Elektro-Shit natürlich. Oh, guck mal. Da hängt ja eine Kiste. Äh. Die jetzt abzuschießen, wäre, glaube ich, eine doofe Idee. Äh. Okay. Ähm. Aber die sieht magnetisch aus. Ey. Frechheit. Gib mir die. Ey. Es ist gemein. Gib mir die Kiste. Ich hier jetzt abschießen. Kann ich die in Schwingung versetzen und dann losschießen? Ziehen. Wenn ich dann auch noch... Ich hab dann auch noch rechtzeitig treffen würde, wäre das bestimmt... Dann würde das bestimmt funktionieren. No. Oh, no. Ich hab die in die falsche Richtung geschwungen. Ich war zu hektisch. Ist die Kiste jetzt verloren? Für immer und ewig? Oder kann ich mich neu zu Warnabores teleportieren und dann hängt die da wieder? Das wär ganz nett. Ups. Ich mein gut, klar. Die wichtigen Kisten, so wie... Es gibt keine wichtigen Kisten. Oder? So Schlüssel und sowas. Einfach nein und... Die Karte ist im Leitstein. Ich kann's mir jetzt nicht erzählen, dass die Kiste für immer weg ist. Das wär bitter. Ah, sehr schön. Sie hängt da wieder. Hab ich ja nochmal Schweigen gehabt. Alright. Aber es scheint zu funktionieren mit dem Schwung. Oh. Kiste anziehen. Äh, also die Kiste abstoßen. Nein, Kiste anziehen. Und dann den anderen Schwung nehmen. Clock! Ja. Haha. Antiker Reaktorkern. Oh, geil. Sweet. Was rennt hier noch so rum? Hallo. Okay. Untersuchen. M-m. Schick ja schnell. Oh, doch. Steuerungseinheit kann nur nach Lösen aller Kontrollsiegel hochgefahren werden. Ja, hab ich mir gedacht. M-m-m-m. Da vorne gibt's Karte. Und... Und... Hopp. Suchst du Deckung? Ernsthaft? Ciao, Bella. Geil. Huss. B-b-b-b-b-b-b-b. So. Sexy Axt. Und das hier... ...sieht nach Bomber aus. Yes Das hier auch Bomber Hopp Boja Magnetmodul Ebenfalls nice Beute, Beute, Beute Hätte mir Besseres erhofft Aber wer bin ich denn, dass ich mich Beschwere Und Das sieht zwar cool aus, aber da bin ich falsch Äh Leitstein Ist Auch nicht hier Hä? Ist der scheiß Leitstein Nicht doof? Da hinten Hopp Ja, geradeaus durch Cool Warum eigentlich nicht? Hi So Zeit, dass wir für Wifi sorgen Wie sieht's aus? Schiekerstein erkannt Karte wird aktualisiert Dann gib dem WLAN-Tropfen Bitte, bitte Damit ich mir die Funktion Von dem Scheißviech Angucken kann Ich kann den doch definitiv Wieder bewegen Klick, klick Okay Du hast nun Zugriff Auf die Steuerung des Titanen Der hat Eine Trommel In seinem Magen Du hast die Karte Das Titan Gut gemacht Sieh sie dir einmal an Die leuchtenden Symbole Sind die Kontrollsiegel Die die Steuerung von Barnabores regeln Um Nabores zurückzuerobern Ist es notwendig Alle von diesen Kontrollsiegeln Zu lösen Ja, weiß ich Danke Das ist sicher nicht einfach Aber Wenn einer es schaffen kann Dann du Shit Ja Das sind ein paar Kontrollsiegel Und Viel schlimmer Ist diese Trommel In seinem Magen Ich meine Von der Theorie her Find ich es voll geil Ich meine Das Viech muss ja irgendwie Strom erzeugen Also Nehmen wir ein Dynamo Beziehungsweise Ein Elektromotor Das ist natürlich Ziemlich nice Aber Das Ding hier zu drehen Ich hasse solche Rätsel Ich habe zwar keinen Stress Mit räumlichen Denken Aber ich hasse solche Rätsel Obwohl ich den Oh, hallo Au Penner Obwohl ich den Den Stone Tower Fand ich ja geil Gut Bob Lass mal eine Kiste fallen Festmontiert Alles festgenagelt Ihr seid doch scheiße Okay Äh Ja Probieren geht aber studieren Ne Klick Klick Ach nur das Ding Dreht sich Nein Nein Nein, nein, nein Die können sich Oh scheiße Die können sich Alle drehen Aber da unten Ist jetzt ein Kontrollsiegel Das ich nicht aktivieren kann Das ich nicht aktivieren kann Es sei denn Ich stelle mich jetzt hier hin Und Falsche Richtung Falsche Richtung Falsche Richtung Oh, okay Alles gut Cool Äh Moment Wieso kein Strom Oh Oh, really Geil, Alter Ich muss auch noch Darauf achten Dass die Scheiß Leitungen Kontakt haben Die verarschen Guck mal Guck mal Böp Gibt das Saft Und das dreht sich Die ganze Zeit Und Oh Oh, okay Und du wirst einfach Aktiv Wenn ich in deine Nähe Komme Aber trotzdem Not bad Noch vier Kontrollsiegel Aufweg ist verlassen Ja, ja Danke sehr Äh Du drehst dich jetzt Die ganze Zeit Das ist ja nett Von dir Mh Gibt es da vorne noch Irgendwas cooles Wenn ich gerade schon mal Dabei bin Oh, nice Schaut mal Klick Klick Und Woanders Kann ich es gar nicht Hinleiten Ich brauche aber Trotzdem beide Klick Oh Oh Okay Nein So Ganz so Einfach Ist es nicht Da ist eine Kontaktstelle Okay Ansonsten wäre es echt Arschsimpel gewesen Klick Und jetzt Hi Sweet Oh Aber da komme ich jetzt Nicht mehr hoch Gut, aber vorher konnte ich da Glaube ich auch nicht Besonders viel machen Oder Sweet Dann Äh Sieht das also Erstmal so aus Als wenn die Karre läuft Dann kann man hier ja mal Ein bisschen Roam Experimenten Da unten Da stehe ich auf einem Kontrollsegel Aber das kann ich alles erst In der nächsten Folge machen So Leute Also Dann gibt es in ein paar Folgen Bossfighttime Und bis dahin kann ich Locker lustig Flockig Fein Rätsel raten Ihr könnt immer gerne Liken abonnieren Kommentieren Und oder teilen Ich bin raus für heute Blinken Blinken